Ich habe mich nicht einmal irgendwie unsicher gefühlt, damit etwas schief gehen gehörte. Also das Gefühl, die Vermittlung von der guten Arbeit, die war von Anfang an. Tender Prime ist Qualität für Technik, ist Qualität für Fachwissen, ist Qualität für eine Technologie, die bezahlbar ist. Für mich ist das eine neue Lebensqualität, weil zuerst habe ich gedacht, ich müsste alles entfernen. Ich bin davon ausgegangen, sämtliche Zähne raus und bei mir haben wir jetzt im Prinzip einfach vier Implantate oben, vier unten und haben repariert. Ich bin hundertprozentig zufrieden, was ausgeführt wurde und man kann wieder lächeln und es ist eine Freude.